Shop-Fans. Ich durfte eh wieder alles haben, ne? Ja, ich habe alle Ausgänge. Warum hast du denn nur immer alle? Ah, Matic Floor. Weil ich schon 4.0 plus bin bei Fans. Abschluss. Ah, okay. Oh Gott, ich habe 2 mal, beide Hermetic Doors, das gefällt mir gar nicht. Pro Stufe kriegst du mal einen Ausgang mehr. Das ist ja geil. Also nicht, aber hier auf jeden Fall ja. Und ab minus 1 kriegst du wahrscheinlich einen Ausgang abgezogen, oder? Ja, definitiv. Du kannst bis minus 6 gehen, dann hast du nur noch einen Ausgang. Das ist ja mies, so. Wollen wir nach unten? Aber es ist so viel Zeit noch. Ja, was habe ich denn eigentlich? Ich habe ne... 26 Minuten haben wir. Also 26 Minuten sind gut. 153 heißt? Automatisch. Hallo. Also, ich kann schnell schießen. Ich auch. Welcome to hell. Ich erinnere mich an den Ort hier. Hey, jetzt sind wir schon mal gestorben. Vielleicht aber auch schon zweimal. Das war genau die Tür, wo wir gerade noch vorbei sind. Ja. Ja. Das sagte ich gerade auch. Loot mal hier. Ich habe hier 150 Schuss dabei. Oh ja, viel habe ich auch mit. Das ist gut. Oh. Intelligence. Ich muss raus. Was? Ja, genau das. Hier war noch keiner, ne? Ich mache ihm ein Glas kaputt. Nicht, Herr Schatz, nicht wundern. Mhm. Wollen wir mal einen Zahnpasta? Toilettenpapier? Nice. Aber Toilettenpapier brauche ich glaube ich selber. Also Klopapier würde ich im Zweifel nehmen, wenn du es nicht brauchst. Kannst du ja gleich nochmal in die Kiste hier packen. Hier einfach mal zwei Westen nennen, oder? Was ist das denn? Also hier ist Toilettenpapier drin, wo ich dran war, ne? Ja. Es bleibt einer von euch. Rett einer. Ja. Willst du uns damit irgendwas sagen, oder? Ne, ich frag nur. Ne, ich meinte Westbrook. Ne. Ne, voll nicht. Haben wir jetzt nur gehört. Alter Toilettenpapier. Ja, ich... War für mich die Info. Ach so. Nur Schrott hier. Ist ihr da schon wieder für'n Fetusch betreibt? Ich weiß ja nicht. War für mich die Info. Wir rollen uns mit Toilettenpapier ein. Toiletten. Toiletten. Aber es sind auch nicht mal Rooks hier irgendwie, ne? Ist ja auch lustig. Mhm. Bin bei dir. Also in der nächste. Eiron! Leer. Hm. Alles eingekauft. Sehr gut. Ich geh wieder hoch. Hä? Gleich'n Weg zurück? Ja. Hm. Komm ich mal mit. Bist du ganz hoch, oder? Hm. Du bist grad vor dem Gang vorbeigelaufen, ja? Natürlich. Okay. Hä? Hä? Ich hab hier jemanden gerade Tabletten schlucken hören. Müsste aufpassen. Hm. Hm. Ne. Hä? Bin das über uns vielleicht? Hm. 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 Ich hab jetzt im Erdgeschoss keinen gesehen. Du bist das, ne? Ja. Hopp. Das bin ich. Ist nur ne Waffe erkannt. OMCB. Schön. Oh wunderbar. Wo geht's denn nach raus? Ohn knirscht ihn was? It's your manhole. Hm? Hier oben knirscht irgendwie, als würde jemand durch Steinen laufen. Ja. Ist ein Skate vorbeigelaufen. Okay. Also ich bin draußen gerade. Ziggy? Ja bitte? Ne. War kein... Ziggy ist draußen. Das hab ich verstanden. Ne, ne, ne. Ich steh hier bei dir. Achso. Ich bin draußen. Ach du bist draußen. Okay. Ja, ja. Geh schon. Ich hab die Toilette gefunden. Hitchypipe. Also durchs Abwasserrohr bin ich noch nie raus, glaub ich. Sollte ein Rucksack wegwerfen. Ah. Na toll. Dann muss ich wohl warten, dass irgendjemand nen Bunker oder so aufmacht, weil ich hab keine Ahnung. Wie und wo und was. Oder ich muss auf den Zug warten. Find ich die hermetische Lagertür dann oder sowas? Bin oben, ne? Ja, die hätte ich. Was? Da brauchst du keinen... Genau, da brauchst du ja keinen Strom für. Achso. Wo ist das? Da bin ich grad verwurrt. Hinten am Bahnhof. Musst du beim Wachtturm nach unten. Da ist auch das Rohr, gell? Wär schon komisch. Ist mir schon wieder zu ruhig. Ich bin auf der anderen Seite im Erdgeschoss, ne? Ich bin auf der anderen Seite im Erdgeschoss, ne? Da steht einer AFK und ich weiß nicht, ob es ein Spieler ist oder ob es ein Skaff ist. Könnte ein Spieler sein, von der Waffe her, aber es könnte auch einfach nur einer von diesen Rechtern sein. Na gut, das kann schon passieren, ne? Das ist die Batterie. Ja, die Batterie, okay. Vielleicht war es doch ein Spieler. Weiß? Weiß ich nicht. Ne, der Skaff, der da gerade rauskam und stand zwischen uns beiden. Ich bin weggegangen und jetzt hat er angefangen zu schreien und hat ihn mit geschossen. Ich bin mal unterwegs Richtung Bunker. Oh mein Gott, das ist kein Skaff. Das ist einer der Bosse oder so. Okay. Holy shit, ey. Ja, ich hab Bock drauf. Läuft er mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Eigentlich ist meine Auszeit auch höher. Ist keiner mehr von euch im Haus, ne? Ne, ich bin im Nachbarhaus schon. Unterwegs Richtung Bahnhof. Ich weiß noch nicht, ob das ne gute Idee ist. Dann hatte ich schon jemanden bei mir. Will jetzt auch in dem anderen Haus. Hat mich echt gekillt. Der ist mir so lange hinterher gerannt. Butterfuck, ich dachte der... Oh. Bist du tot? Ja, ja. War einer... Ja, keine Ahnung. Ein Boss oder sowas, keine Ahnung. Der hat nur einen Namen. NPC. Widjok. 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 Hm. Ist jetzt... Ich hab ihn aber auch ganz unten... Gebracht. Also... Glockt. Ja. Oh, was hier ist denn? Hier ist ein Tier. Was geht hier? Ja. Bist du im zweiten Hausgestaurungsteil? Äh, unter dem Bahnhof war ich. Ah, okay. So. Jetzt nur ganz kurz von der Map her. Ich muss südlichen Bahnhof raus, oder? Gebäude 14, glaub ich. Nicht nur auf der Bunkerseite, sondern auf der anderen Seite. Bisschen. Ach, da ist die Kellertreppe nach unten, oder? Da, wo Wesbo und ich immer in den Keller wollen. Fällstiche weiter. Was geht da nach unten, oder auf der anderen Stelle? Mach das Klau, die Haare. Bis gleich. Ich brauche den Braten hier nicht. Woll. Lüberspring. Guck, ob man... ...der Name irgendwo hinterlegt ist. Da jetzt geradeaus voraus, da bist du doch die Treppe nach unten zu sein, gell? Da hinten das Haus, was du siehst. Da muss man hinten in dem Achturm. Hier, die Treppe meine ich zwischen drinnen, oder? Ne, ne. Da ist der Typ, den ich gerade mit runtergeschleppt habe. Da würde ich nicht runtergehen. Da bin ich nämlich runtergegangen. Okay. Muss da hinten runter. Wenn du dann diese hermetische Lagertür hast, ja. 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 Es ist ein Guard gewesen, der mich gekillt hat. Ah. Bin ich glücklich hier. Das ist ja, glaube ich. Das ist ja, glaube ich. Der hat nämlich 1010 AP insgesamt, oder? Ich dachte mir nämlich, ach scheiß drauf, killst du ihn halt. Aber, hat dies so funktioniert? Hm. Wo muss ich jetzt hin? Na immer noch in dem Wachturm. Biss ja noch nicht. In dem Wachturm, oder? Na ja, nach unten musst du in dem Turm. Okay. Auf der anderen Seite war die Tür. Ja, ich hab grad mehr auf die Heinis da geachtet. Jetzt nach unten. Ganz nach unten. Oh. Kein Licht. Jetzt kommt der Zug. Nice. Oh, ne M4. Nice. Nehm ich. Und ab ins Getümmel. War noch nie hier unten. Jetzt musst du ja gleich nach links gehen, leider nur. Was hier noch... Ah, okay. Nice. Ist wieder Lootgoblin hier, ne? Ja. Ja, ich. Ne, ich auch. Ich bin nämlich raus. Den wollte ich noch mitnehmen. Gut. Danke fürs Leiten. Puh. So. Äh. Wichtig. Wohl, dass die den Checkpoint Fensch geändert haben, ne? Vorm Vibe hieß es ja, KP Ausgang. Mhm. Ja, lecker. Ist mal ein schöner Platz, den ich freigeräumt habe, wieder für besetzter. Ja. Ist doch gut. Ich will nicht. Ja, 100. Schade. Ach. Ja, 100. Ja. Ja, 100. Ja, 100. Ja. Entschuldigung.